Ja, hi, hier sind wir wieder. Oh, ich hab grad gemerkt, unsere Lederrüstung ist kaputt. Ja, machen wir am Ende der Folge. Okay, ich wollte jetzt eigentlich so hier Bambus, äh Zuckerrohrfarm ernten. Mal sehen, wie viel ich hinterher rausbekommen hab. Das ist übertrieben. Nicht viel. Ich hab jetzt erst das Äußerung drin fertig. Das doof ist halt, hier können auch noch Sachen reinfallen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Und zwischendurch könnte ich ja noch sagen, so ungefähr, ich weiß nicht, die Folge. Was ist das für eine Folge? Über 30, glaube ich, da kommt noch ein neuer. Und zwar, wie heißt's, ähm, okay. Drei Sticks und zwei Zuckerrohr. Ja, okay. Da kommt noch ein neuer Mitspieler, genau, Mitspieler dazu. Und, ja, ja, das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Kann man die Tür, die Kuh noch abschließen. Nein, warum rennt er denn um den Baum herum? So. So, und ich würd vorschlagen, von, ähm, so, wir machen uns jetzt nochmal ne Rüstung. Ich würd aber jetzt mir Eisenstiefel holen. Und, ja, ja, ein Helm, ja, einfach nochmal. So, wir können ja nochmal hier vorbeischauen. So. Und dann Kartoffelfarm. Schon wieder viel gewachsen. So. Das einzige, was uns noch fehlt, sind Melonen und Kürbisse. Das ist das einzige, was uns so richtig fehlt. So. Hier noch. So. Oh, jetzt sind das die ersten, die wir essen können. 22. Das bin ich im halben, aber wenn man über die im Ofen brät sozusagen, dann, ja, die Tiere können wir uns auch nochmal kommen, wenn man aber nicht jetzt. Hier ist auch schon wieder wozu wachsen, aber das ist. Oh, ich hab hier alles voll. So. Hier ist mal alles einsortieren. Zucker. Also, ich wollte mir auch eine neue Kiste machen, eigentlich dann, für, auch hier ist die Leiter. Das ist tatsächlich gut. Meine Kiste machen wir dann, damit, ich da ein ganzes Zuckerrohr reinpacken kann. Ja. Whetstone. Ja, packe ich auch mal hier hin. Okay. Blöcke. Koffeln. Kies. Ah, Kies haben wir wieder neu. Äh, also neue. Okay. 19 Wolle. Da fällt grad mal auf. Nein, das wollte ich nicht. So. Die drei. Und das ich mir ein neues Bett... Oh, okay. Ich mir ein neues Bett machen muss, weil wenn ich mal auf Wanderung gehe, dass ich das dann immer dabei habe. sowas habe ich gesagt, wollte ich mit Holz... Eine Kiste. Oder? Kiste. Hier. Och, Mann. Ich baue jetzt einfach mit der Schaufel ab. Hier sind ein bisschen... ein bisschen... Ach, ich weiß, was ich machen kann. In der Zeit. So. So. Es geht nochmal zum Feld. Und dann eigentlich gleich kann ich die Folge schon beenden. Das Fleisch ist nämlich eingeordet. Weil ich jetzt eigentlich noch ein paar andere Sachen einordnen können. Aber... hier war eine Kuh, gut. Die muss eigentlich jetzt Leder... Komm schon. Weil die 8 Jahre, genau. Wir wollten uns ja aus dem Wochen. Und in der Luft getötet. So hat die Leder getötet. Kartoffeln. Okay, aber das hat sie wahrscheinlich nicht getötet. Und... Ich könnte mir ja mitnehmen. Mal essen. Das ist gut. So. Oh ne, die hat jetzt kein Leder getötet. Und Wolf. Das ist auch gut zum Wolf anwirken. Die sind alle hier Akku. Ja, der ist jetzt Akku, weil ich... ...einen Wolf geschlagen habe. Und... Ja, wir könnten jetzt eigentlich auch mal Wolfi rausholen. Komm, Wolfi, hier essen. Weil hinterverlehrt es, zu kämpfen. Ja, Wolfi. Anderlöf. Ich muss mal ein bisschen heller. Gut gemacht. So. Ich muss immer noch nicht gewachsen. So. Ich leuchte mal ein bisschen die Gegend hier aus. Nochmal. Da ich hab... ...hatte die ja schon mal aufgeleuchtet, aber dann... ...kann es halt, oh. Okay. Wolfi? Ja gut. Nicht da reinfallen. So, da kann es... ...kann sie mit diesen nicht speichern. Und so. Und ich würd jetzt mal sagen, in der nächsten Folge... ...zeige ich euch eine Überraschung. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dieser Folge schon machen wollte, aber... ...ich muss jetzt in der nächsten. Einfach. Danke, Wolfi. Auf den da. Ich greif den anderen. Gut, komm mal, Wolfi. Hast du's? Ah, gut. Das ist auch cool, es gibt die P. Oh, nee, Wolfi. Nee. Komm schon. Warte, bleibs jetzt. Sitzen. Die Wolle. So. Oh, ich bin Level 15. Ich darf jetzt nicht sterben. Komm, los. So. So. Hier. So. Gut. mit dem die Spaß und jetzt nehmen wir mal ein größeres Ziel naja Angriff Wolfi